Hallo und Grüß Gott! Mein Name ist Jürgen Herb. Mit meiner Frau Sylvia leite ich das Gota Service Center hier in Kempten. Herzlich Willkommen in meiner Generalagentur. Seit 1995 bin ich gemeinsam mit meinem Team ihre erste Adresse in Malgäu, wenn es um Versicherungen, Vorsorge und Geldanlage geht. Persönlich sicher fair, einfach sicher besser. Wir kommen von hier, kennen die Menschen und die Vielfalt der Region, in der wir gemeinsam leben und arbeiten. Unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen überzeugen durch Klarheit und einfache Handhabung. Ob für Sie als Privatkunde mit der Gota Konzeptberatung oder für Ihre Firma mit der Gota Risikoanalyse, mein Team und ich erarbeiten für Sie maßgeschneiderte Lösungen in allen Versicherungsfragen. Bei uns bekommen Sie ganzheitliche Beratung nach Ihrem individuellen Bedarf. Egal ob Sie eine Familie, ein Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb leiten. Darüber hinaus bietet Ihnen meine Frau Sylvia einfach den sicher besten Kfz-Versicherungsschutz. Starke und überzeugende Leistungen für Ihr Geld. Im Zusammenwirken mit unserem Gota Schadenscenter haben unsere Kunden immer einen Ansprechpartner, der jederzeit erreichbar ist. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Unser Büro befindet sich am Berliner Platz in der Kaufbeuerstraße 89 in Kempten. Testen Sie uns, denn Kundenservice liegt uns am Herzen. Einfach sicher besser. Wir freuen uns auf Sie! Schauen Sie mal an. Schauen Sie mal noch mal butik. Schauen Sie mal an.